Ohi, jetzt hab ich doch glatt die Kamera verschoben. Keine Sorge, du wurdest mich mit aufgenommen. Ist ja gut. Auch wenn du jetzt könntest. Ja. Nein, du konntest auch vorher schon. Ich sehe heute auch Bordzeitpaar. Wollen wir das beweisen? Nein. Ach, weiter. Okay. Geschafft, ich habe es gelöst. Ja. Ja, du bist ein echtes Gressen, Herr Ginny. Gut gemacht. Nett, dass du das sagst, Miss Layton. Waren, Scherz. Okay, neben den Typen mit der Brille. Neben dem Typen mit der Brille da? Ja. Ist eine Hinweizmünze. Okay. Oh, da ist eine Kuriosität. Ja. Du hast folgendes Ende, Grabungsgravuren. Grabo, Grabo. Hinweizmünze da in diesem einen Ding an der Pinnwand unten. Ah, okay. Ja. Eine der Lampen vielleicht? Ne. Also eine Hinweizmünze fällt mir noch. Ja, mir auch. Ich frage mich, wer die ist, die sich das anguckt. War ihm ja? Ja. Ist das eine von den Besten? Hm. So anguckt keine mehr. Waren das nur zwei? Ja. Niemals. Das kann nicht sein. Doch, also bei mir klappt nichts mehr. Bei mir auch nicht. Außer halt Hastings und der ist mir sowas von egal. Ich guck mal Hastings nochmal an, ob es ein Herz gibt. Nö, gibt's nicht. Okay, na dann überspringe ich ihn mal. Netterweise, ausnahmsweise. Er erinnert mich gerade an Kümmere dich um 13? Ja. Ähm, das ist bei Ruf des Phantoms. Ähm, bei der Putzfrau im Anwesen der Tritons. Aha. Ähm, da hat er, ähm... Irgendwas mit einem B? Ja. Ah. Kümmer dich um B. Da steht 13 drauf. Mhm. Und dann, ähm, gibt's irgendwie drei Art Vorhänge. Mhm. A, B und C. Und um welche sollte sie sich kümmern. Ja. Um B. Um B. Genau. Okay, so, äh, wollen wir mal den Cockbooker? Ja. Den Cockblocker? Der hat ja einen Block, also ist er ein Cockblocker. Mhm. Entschuldigen Sie, Cockbooker, ob ich Sie wohl etwas fragen durfte? Ähm, haben Sie den Dekan der Mono irgendwo gesehen? Den Dekan? Also, laut meinen Aufzeichnungen, ja, offenbar habe ich ihn, äh, nach ihm gesucht. Ich wollte ihm ein paar Fragen stellen. Aber scheinbar, wenn man meinen Aufzeichnungen Glauben schenken kann, war er gerade nicht auf dem Campus. Ach, schade, nicht auf dem Campus? Sieht zufällig, wo es sein könnte? Ähm, bei Scotland ja, soweit ich weiß. Er wollte sich mit Inspektor Hastings treffen. Oh. Oh. Ja, äh, oh, das ist aber schlimm, wenn man montags mit einer Doppelstunde Mathe den Unterricht beginnen muss. Mhm. Obwohl mittlerweile, finde ich, ich habe eigentlich, obwohl, ich fand Mathe eigentlich nicht so schlimm. Außer zu der Zeit, wo dann auf einmal diese ganzen Sachen mit Grafen und, äh... Also mittlerweile finde ich natürlich Mathe auch nicht mehr so schlimm. Ich fand Geometrie immer scheiße. Also diese ganzen... Oder, oder Funktionen und so weiter. Funktionen waren kacke. Ja. Obwohl ich komischerweise so programmieren kann und, äh, Funktionen in der Hinsicht ja auch vorkommen. Funktionen konnte ich zwar jetzt in den letzten paar Jahren, aber... Aber ich fand immer Nullstellen berechnet mit kacke. Das war am einfachsten. Also ja, je nachdem, was es war, wenn es über, über, über... Wie hieß das nochmal? Polynom-Division. 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 Das war immer kacke. So grässlich, ja. Vier Stunden Bautechnik. Oh, so cool. Oder Bauzeichnen, okay, das ist... Geht noch, aber... Ja, aber das liegt auch nur daran, dass Leighton, was das erste Tor, die noch mittendrin ist. Ja, und genau, weil wir werden ja sicherlich noch 20 Aufnahmen brauchen für die letzten paar Minuten des Spiels. Ja, wahrscheinlich. Oh man. Okay, weiter hier. Oh, aber wir haben den Inspektor gerade drin getroffen. Eine Fanübersetzung zum Leighton-Anime, der in Japan läuft? Welcher? War das zu Cat Riel oder zu... Ich hab keine Ahnung. Also ich glaube, es war eher einer zu Cat Riel angedacht als zu Leighton selber, oder? Ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt, das ist mir jetzt auch gerade ein bisschen neu. Und ich kenn mich aus mit Leighton. Und was da so passiert. Aber ich glaube, ich hab eher davon gehört, dass halt ein Anime vielleicht noch zu Cat Riel eher... Mal sehen. Vielleicht irre ich mich auch. Ja, es läuft Lady Leighton. Davon hab ich was gehört. Könnte man mal sehen, ob man das machen könnte. Aber ehrlich gesagt, ich bin ja noch nicht mal mit Ace of Tony fertig. Aber im Trailer war Leighton mit drin. Okay. Da hat wohl jemand Caps benutzt. Aber wenigstens trotzdem Groß- und Kleinschreibung beachtet. Nee. Doch. Also... Okay. Das J hätte groß sein sollen und dafür... Also wenn man alles umdreht, ist es... Aber mit drin? Ja. Drin. Drin. Okay. Ich. Gerade eben waren wir in dem Gebäude drin. Ja. Okay, komm. Okay. Das hast du noch gar nicht gesagt. Ach so. Oh. Oh, aber wir haben den Inspektor gerade drin getroffen. Drin getroffen. Dann haben sie einander wohl verpasst? Ja, ich notiere mir das schmal schnell. Schmal schnell. Offenbar müssen wir jetzt zurück nach Scottinjad. Wir müssen den Bekanen finden. Mit ihm wolltest du also reden, um in Dr. Ohms Labor zu kommen? Ja. Ich musste ohnehin ein paar Sachen mit ihm sprechen. Ach stimmt. Es gibt ja auch das große SZ. Aber das wird trotzdem nicht durch... Das kleine SZ mit Großschreibtaste geschrieben. Das ist voll gemeint. Ich hoffe, die ändern das noch irgendwann auf Tastaturen. Da muss halt das Fragezeichen woanders hin. Ja, aber wenn man es einmal dann drin hat... Außerdem, es gibt ja noch diese Leute, die echt auf die Tastaturen gucken. Wo ist das Zeichen jetzt? Die werden sich nicht umgewöhnen müssen. Ja. Die müssen sich eher an alles gewöhnen. Okay. Okay. Ja, das habe ich schon vorgelesen. Ja, ich habe das schon vorgelesen. Meinst du? Ja. Okay. Meine Güte, das wusste ich gar nicht. Du kennst tatsächlich den Dekan, Miss Layton? Das ist ja unglaublich. Du bist unglaublich. Er ist schon seit Ewigkeiten Leiter der Grassenheller Universität und sicher einer der berühmtesten Menschen Londons. Und ich habe gehört, er trägt eine Perücke. Eigentlich kennt mein Vater den Dekan, nicht ich. Dein Vater? Das erkläre ich dem anderen mal. Jetzt müssen wir einmal schnell zurück zu Scotland Yard. Du hast... Da hast du nicht Unrecht. Nicht, dass wir ihn auch noch verpassen. Auch noch verpassen, oder so. Eben, also Begegnung. Gemeinsam liefen wir zurück zu Scotland Yard. Ich war noch immer hin und weg davon, dass Miss Layton den Dekan kannte. Ja, Ernest hat schon immer so gay gesprochen. Ja. Ja. Wie kam es, dass diese junge Detektivin mit einem der führenden Gelehrten des Landes bekannt war? Jo. Warum sind wir noch nicht in der Grassenheller Universität? Die haben doch gesagt, die gehen da hin. Warum wird das dann nicht automatisch gemacht? So. Fahrrad! Nee, ich gehe nach Scotland Yard. Achso, ja, meine ich doch. Nach Grassenheller Yard in der Scotland Universität. Nee, früher war er gayer. Früher war er gayer. Ja. Nein, das ist... Nein, achso, ja, genau. In den anderen Teilen war er gayer, weil... Wir haben ja jetzt eine Rückblende. Eigentlich war er erst schwul, dann hat er Catfiel kennengelernt und hat sich in sie verliebt. So ist das. Ja. Ja. Oder so. Ja. Ja. Übrigens, ich habe noch diesen Tabletop Simulator Key zu vergeben. Soll ich das mal schnell da im Chat machen? Nein. Nein, nein. Außerdem, nee, ich muss das ja per Geschenk machen. Das ist ja kein Key. Scotland Yard, angekommen. So, rein. Ja. Okay. Achso, wo ist der? Ah, da drüben steht er ja. Moment mal, war mir in Erklärung jetzt nicht völlig falsch? Ja. Ja, eben. Er ist, er ist, da muss er ja, nachdem er sie kennengelernt hat, schwuler geworden sein. Oh, Mann. Ja, da drüben steht er. Oh ja, das ist er tatsächlich. Habt ihr euch schon mal kennengelernt? Nein, noch nie. Bei der Begrüßungszeremonie war er nur ein kleiner Punkt auf der Bühne vorn in der Halle. Meine Güte, meine Hände schwitzen. Ich meine, ich werde gleich wirklich die wichtigste Person der ganzen Grässenheller Universität kennenlernen. Schatz du hier mal nicht durch. Komm schon. Ich kann keine Auslose machen, weil der Key ist sowieso schon versprochen an jemanden. Ja. Wenn ich einen anderen hätte, dann vielleicht. Dieser Wischmopp. Sag mal, ist das eine Frau? Das wär's ja. Wollen wir mal trotzdem mit ihr sprechen, ob sie was zu ihm zu sagen hat? Na. Okay. Angebses, mein Konspektor hilft mir nicht dazu. Den Wald voller Bohnen nicht zu sehen. Aber alles in der Halbzeit ist ein ganz bloßes Gutschicht. Er liebt seine Arbeit so sehr. Das hab ich schon mal gesagt. Stell dir mal vor, Leute werden im Real Life so... Du gehst zu denen hin, guckst die an oder tippst die so an und die sagen immer das Gleiche. Hallo. Das bringt mich auf ein Video. Was man mal machen könnte. Nein. Das ist... Beere. Das ist Beere. Das ist echt Beere? Ja, das ist Beere. Okay. Hm. Vielleicht ist es auch Saturday Night Fever-Rosa. Ein Rätsel. Hallo, Dekan. Wir haben uns lange nicht gesehen, was? Oh, Catrielle, Catrielle, Aiden. Beim Karo-Muster meiner Socken, die übrigens Beerenfarben sind. Was? Welches Spiel ist nicht in Deutsch? Hä? Egal. Es ist wirklich schon eine Weile her. Wie geht es dir denn, meine Kleine? Sehr gut. Dankeschön. Sie haben sich ja überhaupt nicht verändert. Sag an, wie geht es denn deinem Vater? Ich hab... Den hab ich tatsächlich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich auch. Das war jetzt mein persönliches Wein, nicht ihrs. Was? Ja, ich weiß. Es ist sehr traurig, dass Professor Layton nicht in diesem Spiel vorkommt. Mhm. Ja. Das tut mir sehr leid für dich. Ich bin nicht verschwunden. Hm. Was? Verschwunden? Ja. Oh. Ich könnte jetzt fies sein. Also jetzt, jetzt bei, bei Layton. Er ist ja verschwunden und, äh, er kümmert sich nicht um sie und... Er... Er... Layton ist ein echt fieser Typ, ne? Mhm. Ich würde jetzt so gern Witz drüber machen, aber... Ja, der Fall wird sogar bei hier bei Scott nicht hat und er sucht aber bisher auch ein Ergebnis. Deswegen wollte ich sie ja sprechen. Wissen Sie, vielleicht, wo er sein könnte? Beim Mensch ärgere dich nicht ist die deutsche Sprachausgabe unheimlich wichtig. Also ich meine, es gibt ein paar Spiele bei Tabletop Simulator, wo man schon wissen muss, wo es ums geht, aber... Ja, gut, aber ich meine, man kann ja auch deutsche Versionen davon machen. Ja, eben. Also es gibt ja bei Tabletop Simulator gibt's ja, äh, je nachdem, also kann man ja aus dem Workshop runterladen und da gibt's ja auch von allem möglichen, von Cards Against Humanity, gibt's ja auch deutsche Versionen, zum Beispiel, dort. Mhm. Im Grunde ist bloß das User Interface, Englisch und der Rest, was man halt draus macht. Naja. Äh, hast du das schon? Ja. Okay. Ich habe keinen blassen Schimmel auf dem Kopf. Äh, tut mir sehr leid, Catriell, ich würde zu gern mehr helfen. Trotzdem würde ich mir um den alten Hirschel keine Sorgen machen, wo immer er auch ist, es geht ihm sicher blendend. Wahrscheinlich taucht er schon bald wieder auf, als wäre nie etwas gewesen. Ja, da haben sie sich erreicht. Aber sehr praktisch, dass ich dich hier treffe. Meine Nichte hat mir mal wieder ein Rätsel... War's nicht eigentlich seine Enkelin? Meine Nichte, die gleichzeitig meine Enkelin ist. Wie soll denn das gehen? Warte mal, eine Nichte ist doch normalerweise das Kind vom Geschwister. Ja. Und Enkel sind... Also müsste der Bruder was mit der Tochter haben. Da wird da raus dann die Enke-Dochter kommen. Ja. Und das ist, glaube ich, schon zu... Inzest. Ja. Ja. Außer es ist ein Stiefbruder, wie wir aus der Pornoindustrie wissen. Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020